ULM Mustard Company oder was auch immer das Kratz stand hab keine Ahnung, ob das hier frei hat so ah genau, das meinte ich können wir davon die gesamten Gegner vom Hals schaffen oh, kommt der denn her interessant danke was auch immer das jetzt hier bringt gab's die unten am Fuß, oder wie jetzt? außer man ist schön das natürlich nö wow das ist wirklich nur so als kleines ja Bonusbereich gedacht sieht aus wie so ein Reaktor wie so ein also hier ist kein Atomreaktor natürlich sondern hier so ein weiß nicht ha hab mich sogar daran erinnert dass die mittlere Maustaste bei Doom for Doom äh wah gut wie war das mit der BFG? äh wo ist denn die jetzt überhaupt? ja danke 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 das ist so wahnwitzig einfach das ist so wahnwitzig einfach ha gut gut hier kommt man rein ok da bleibt man stehen irgendwo wo ist denn jetzt? da kein respekt mehr hier da geh ich gleich rein da geh ich gleich rein erstmal guck ich was hier noch wo an davor ist aua äh wer denn? hier ist doch kein spektral der verkräft mich an da sind doch alle krank wo komm mal der Villerehtein rau 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 Soh Nein. Nein. Danke. Auch gut. Nein. Nein. Du wirst mich verarschen. Okay. Also es ist verfällig übertrieben, aber dennoch nicht so übertrieben. Oh ja, es ist abgeholt. Oh! Oh ja! Naah, das ist ein Blut! Das ist ein Blut! Was ist das? Oh, okay. Oh, okay. Hey, danke. Hey, ich habe gar nicht gespeichert? Oh, okay. Oh, okay. Danke, Raffia. Oh, okay. 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 Das war's für heute. ouch ouch okay na komm doch na 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 Hm, na gut. Na, man. Na, da auf dem Kaufen, warum kann ich hier nicht mit dem, aber es kämpft nicht. Ja. So. 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 Wow So Die Spinnen haben wir schon mal erledigt Da oben ist keiner mehr Ach so Okay. Okay. Das war's für heute. Alter, liebe Kackdinger, ey. I'm on coordination. Wo ist denn die Hände? Achtung! Kann man da noch gar nicht verdienen? Achso, ich brauche es nicht. Ich glaube, da sollte ich gar nicht drüber. So, die Frage ist, wenn ich da nicht drüber wollte, wo wollte ich denn hin? Wie kommt die denn schon wieder her? Achso, schon hier. Da müssen die ganzen Fallen hier. Vielleicht ist es immer noch eine Talle hier. Ach, da ist der doch alle nicht krank. Wir kommen ja nicht weiter. Ja, aber wo muss ich denn dann hin? Ähm, Leute? Hallo? Ähm, die Scheiße habe ich gedrückt, oder? Ja. Tja, wenn man nicht weiter weiß, immer dahin gehen, wo die Monster schießen. Also da. Ja, ne, eben, die kommen ja nicht hin. Achso, bin das. Äh. Okay. Habe ich jetzt irgendwo die Web kaputt gemacht? Hier geht's noch runter. Achso. Das ist bloß dafür. Hm. Das ist es ja, nicht mehr. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Oh ja, ich bin, ich bin, ich bin. Ja. hat auch direkt da geht es rein nein ich will nicht unterfallen Oh wow, jetzt bin ich hier falsch, ich leck mich doch, hier wird die schon. Warte, wo kommen die da alle her? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ach so, na war klar. Man kann also hier nur runterfallen, aber nicht wieder rauf. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. 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 Ich hab keine Ahnung, ich hab nichts mehr getan. Oh wow. Oh wow. So, wie geht das hier wieder raus? Hier schon mal nicht. Ach ja. Hmm. It's pretty sheer. Okay, hier ist ein Gitter, hier kann man nichts drücken, achso, hier kann man raus, das macht Sinn. Boah, schon wieder so viel. Und wo jetzt weiter? Achso, hier kommen sie wieder auf. Achso, das ist ein Schalter. Ja, sag das doch. Oh! Ja, das war nämlich ganz gut. Oh, Alter! Oh! 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 Bitte geh da rauf! Bitte geh da rauf! Ach, Mann! Mach! Ah! Das war's für heute. So, das ist mal aufgerollt, Alter. Geht ja mal gar nicht. Das Klick geht auf. So, das ist ein Fick. 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 Ah, mal schauen, was ich jetzt da war, ich bin Oh Leute Das gibt's doch gar nicht, Alter, das ist doch hier Ich hab keine Ahnung, ob das funktioniert Geht doch, so, jetzt wieder die B4 rausholen Goldschlag Ich weiß nicht, ob ich die Schmerzen habe. So, jetzt habe ich die rote Karte bekommen, das ist die rote, ne geht's nicht weiter, hier geht's weiter. Oha. Alter. Alter. Da. Hehehe. So. Schieß doch mal. Ah, okay. Also gedrückt halten geht bei der Waffe nicht. Gut zu wissen. So. 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 Dankeschön 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 Hä? Was ist das denn gerade? Ich will es gar nicht wissen So Haben wir auch mal wieder Im Mäppchen von Back to the Town Gespielt, oder zwei Ja Schau mit V